das ist auch noch dazu ja das gehört auch dazu eine müde hier unten ja da fehlt noch so einiges aber dazu auch erst später der kopf steigen muss den berg hier genau und eisenerz abklopfen und sydia macht natürlich wie man nichts ich könnte euch auch mal die spitzhacke in die hand nehmen ein bisschen rumhacken nein ich mich da vielleicht so nach oben klauen ist zwischen dem punkt hier habe leider nicht egal okay was ist denn was haben wir denn ja kommst du mit nein warum denn auch sie könnte ja bloß mal hilfreich sein irgendwie hier ist keiner hallo wettzeug wettzeug leere drohen leere säcke durchsägen eine kleine drohe zwei hände da bin ich ja jetzt schon wieder vollkommen voll und ein schalter an dem wir nicht dran können ist aber nicht nett ich irgendwas mit dem teppich hier anfangen nein nicht nein das scheint nicht zu funktionieren na gut haben wir dann auch die das auch wieder da ein spot hier haben wir auch anscheinend nicht na ja das da wird sich schon noch mal irgendwann eine quest dafür geben da bin ich mir jetzt mal sicher aufschreiben welches mehr ist dann mein gott es ist geil ich werde sicherlich mal wieder dorthin laufen oder eventuell auch nicht man wird sehen jetzt habe ich hier wieder haben es als weiter nach dahinten nicht diese schäbige festung weil die auch ganz schön schön ausschaut kann ich mir denn zumindest schon mal markieren irgendwie ohne dass ich angegriffen werde ich hoffe doch mal festung tun stadt ok ich bin keine probleme mit euch leute ich will keine probleme denn ich suche mir jetzt neue probleme haha hier ist ein weg wie wir merken hier gibt es auch wege nicht so wie wir die ganze zeit durch weisen durchlaufen ich glaube ich sollte mich mehr nach vorne konzentrieren nicht dass irgendwie mich gleich ein jedi von hinten angreift und sonst böse dinge mit mir anstellt werden ja richtige bergsteiger wenn es hier so weitergeht und irgendwo hier müsste doch jetzt gleich mal was sein jetzt mich mal wieder einen kleinen pfaden deckt und wo ich sehe es ich kann schon sehen und ich kann es auch riechen bei u das war es hoffentlich nicht du und ich sehe schon feinde und um alle gleichzeitig zu töten gibt es ja diesen wunderschönen zauber jetzt stürmt die festung ähm äh hallo stirbt aua vertrieb moment da haben wir doch ähm 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 verbrennen und verbrannt und verbrannt sie für mich wo sei dir einmal hoch achtig haben die schon heiße ich die triche verdammt ich gedacht hier den schlüssel sowas dabei du auch nicht schade habt ihr denn nein sie haben noch nicht alles getötet und verbrannt ja schießt sie mal darunter wo komme ich denn hier ja zu dir möchte ich eigentlich und aus geht's na super ah ok schon gesehen einmal quer ähm quer fällt ein und höhe ach da oben ist er dankeschön für all dein zeugs ich werde mich gut darum kümmern ja aber denn hier oben noch irgendwas wenn wir schon mal da sind an sich nicht nein ein ofen haben wir hier und ein eingang in die düster karnition na gut dann wollen wir da einfach mal reinschauen höcheln 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 und stopp 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 ja das war es jetzt schon das weiß aber so ein bisschen so ja geh was im weg anführe das silber in der hand man soll halt nicht düster hammer mine jetzt bin ich aber verzückt bin ich da die truhe können wir doch mal eben die ganze bekleidung reintun ein schönes promenade das 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 und irgendwelche waffen das die spitzage wollte ich doch eigentlich noch die bräuchte wahrscheinlich da unten spitzage zumindest ok haben wir noch irgendwas das ist ein normales buch das nur bier nein das tun wir alles nachher holen wenn ich dann wieder ein kleines aufnahme wenn ich dann wieder einen kurzen aufnahmestopp mache um dann alles einzusacken dann schauen wir hier runter in die mine ja mine sprich denn wir anfangen zu anfang gar nicht hingehen können das lässt sich machen wir haben doch hier warm fatality genau lassen wir die spielchen kommt man auch hier und feuer nein das war es noch nicht ich habe hier noch ein bisschen was und ich habe auch noch so was hier und der nächste weg und der nächste nicht fliehen da brennen sollst du brennen und 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 auch scheiße ja du sollst noch umbringen ja ich ich wäre jetzt schwer er hat seine eigene fall ausgelöst weh dumm von ihm guck mal haha aus dem versteck heraus getötet und das war jetzt aber nicht hier oder oder doch wie das war es schon wieder ach du verarsch mich doch ist ja keine herausforderung das ist ja pille palle na gut dann fest tagebuch zur aeda zurückkehren na gut dann machen wir das einfach mal so zurück und bin mal gespannt was wo fakos wie kommst du ich habe in der gegend hier für ablenkung für euch gesorgt ich glaube nicht dass jemand von unserer kleinen kampagne wind bekommen hat noch nicht auch wird es auch nicht denn ich habe die leute getötet hervorragend sieht aus als hätten sie sich erst mal verzogen macht weiter so früher oder später erledigen wir sie vollständig oh ja freue ich mich jetzt schon drauf ähm und unser nächstes ziel die silberne hand durchkämmt die welt nach weiteren stücken von wutrat ok eine gruppe versteckt sich in weißlauf holt es zurück zum ruhm von uns allen ja ok ok die wiederbeschaffung habt ihr die initiative wenn der zirkel für euch wirkt muss ich seine einschätzung respektieren hier ist bereits alles was ich euch beibringen kann schade egal ähm komm zu mir wenn ihr fragen habt ich kenne unsere geschichte alles eine frage des schwungs hier zeig es euch ich suche Arbeit seid ihr nicht gerade für aeda unterwegs komm zu mir wenn ihr damit fertig seid ja 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 ist ja schon gut ähm einmal raus hier ich hoffe dass ihr angeblich stärker seid als ihr ausseht vielleicht können wir mal zusammen auf die jahr gehen rrrr auf jeden fall ähm äh was soll ich denn jetzt ach genau du na diese hindern der Lydia du brauchst auch so ein kategorigen hindern verdammt egal die quest die quest bringe das fragment von wutrat im besitz wo muss ich denn dazu hin ins schwindlernest das sollte doch zu machen sein und soviel zum thema wir kommen etwas weiter rum nein nein äh feuer ist das aber eine überraschung und fatality jihau der case ist mein sieg für mich ja ich habe jetzt mal eine höhle was da wohl drin ist da gehen wir rein manchmal muss ich schon sagen ist ja eine echte blitzmerkerin und hier war ich verarsch mich hier war ich doch schon mal drinnen äh feuer und feuer doch hier waren wir schon mal drin ach Gott ach Gott na gut dann raschen wir jetzt einfach mal moment ist sind die sachen wieder aufgefüllt sind sie na ok dann bringt es mal etwas mehr und hier haben wir wieder den alten bogen die haben irgendwie keine chance hier gerade ich habe die quest nein hier ist niemand hier ist hier ist niemand oh 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 einmal der nächste bitte haha oh 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 die lebt noch so oft lebt tja wow hey das macht man nicht aber das macht man und komisch die bogen schützen überleben das ganze immer und rein da oh nicht ganz getroffen aber jetzt schmerz schmerz war noch war noch man aber weg da die oma stirbt ich bin immer noch da du könntest mitkommen ich hätte nichts zugegen jetzt läuft sie mit und der ganze lud der kommt später alles später ich bin jetzt so gerade so ganz leicht enttäuscht von den gegnern hier weil ich mir jetzt so ein bisschen mehr erwartet naja man kann ja nicht immer alles haben auch stimmt hier war das ja wo die ganzen banditen waren jetzt nicht mehr da sind ok sie sind schon noch da und wie klauen wir die jetzt etwa fragment von wut wo ich schau das hässlich aus was haben wir sonst noch alles ein schmächtiges schild auch und denen ist es alles egal na gut du hast du denen auch egal ist ja nichts nichts ich klaue euch nur mal hier alles weg immer noch da ja warum rennst du auf die auf den eiern rum was tut man einfach nicht guten tag geht es denn hier entlang seine eis als eisen erz alle die man nicht abbauen kann auch nicht schlecht hier ist noch ein bisschen was hier auch gottchen so wird zum thema wir sind flink und wir sind schnell hoch hier ok heißt es wir müssen jetzt ja wir müssen zurückgehen na gut dann werden wir das mal wieder machen nach dieser relativ schnellen quest ja warum hast du den käse gerade durch die gegend geschmissen ja dann dann halt eben nicht ja ich habe was für dich habt ihr die initiative gegen die silberne hand ja habe ich und einfach wenn ich laut ein weiteres stück guter arbeit schild bruder dankeschön habe ich doch gern getan und das war es jetzt ja nachdem sich das spiel jetzt aufgehangen habe würde ich sagen war es das ja nachdem das war es jetzt ja nachdem Vielen Dank.